Mein bester Freund Amazon hat mir mal wieder ein Paketchen geschickt, ein Weihnachtsgeschenk, mein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk, mal gucken was da drin ist, mein bester Freund, weißt du, weil Amazon ist mein Brieffreund, mein Geschenkfreund, liefert mir mal ein Paketchen geschenkt, Moment, mach ich mal auf. Guck mal, was mir Amazon geschickt hat, was ist denn kein tolles Geschenk, ein 187 Shirt von AK47, meine Fresse, kann ich das Shirt nicht machen? Ruhe, ein 187 Straßengang Shirt mit AK47 Zeichen, meine AK47 drauf, ich grüße Gipsos und die ganze Straßenbande, Mann, von 187. Ich hab mir noch eine AK47 Kette bestellt, wie die, die Sinanji die hat, ne, somit grüße ich 187 und Sinanji, wenn ich die Kette noch bekomme, mach ich auch noch ein Video. Und ein anderes T-Shirt habe ich auch noch bestellt, kommt auch noch, mit zwei T-Shirts von AK47 und der Kette grüße ich dann 187 nochmal und Sinanji ihn an. Auf jeden Fall.